64 Verneinung 1 Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Der Lehrer Verstehen Sie den Lehrer? Ja, ich verstehe ihn gut. Die Lehrerin Verstehen Sie die Lehrerin? Ja, ich verstehe sie gut. Die Leute Verstehen Sie die Leute? Verstehen Sie die Leute? Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Die Freundin Die Freundin Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Ja, ich habe eine. Ja, ich habe eine. Die Tochter Die Tochter Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine. Buch und Texte Siehe www.book Du you